Hafnium ist ein chemisches Element mit dem Symbol HF und der Ordnungszahl 72. Benannt ist es nach dem lateinischen Namen der Stadt Kopenhagen, Hafnia, in der das Element entdeckt wurde. Es ist ein silbergrau glänzendes, korrosionsbeständiges Übergangsmetall, das im Periodensystem in der 4-Nebengruppe oder Titan-Gruppe steht. Hafnium besitzt sehr ähnliche Eigenschaften wie das im Periodensystem direkt darüber gelegene Zirconium. Biologische Funktionen sind nicht bekannt, es kommt normalerweise nicht im menschlichen Organismus vor und ist nicht toxisch. Geschichte Hafnium war eines der letzten stabilen Elemente des Periodensystems, das entdeckt wurde. Den ersten Hinweis auf die Existenz eines weiteren Elements zwischen Lutetium und Tantal ergab sich aus dem 1912 gefundenen Mosley-Scheng-Gesetz. Henry Mosley versuchte 1914 erfolglos das Unbekannte. Aber nach diesem Gesetz zu erwarten der Element mit der Ordnungszahl 72 in Proben von Mineralen der seltenen Erden zu finden. Niels Bohr sagte in seiner 1922 veröffentlichten Arbeit zur Atomtheorie voraus, dass die Lentanoiden-Reihe mit Lutetium zu Ende sei und dass damit das Element 72 Ähnlichkeit mit Zirconium haben müsse. Schon ein Jahr später konnte Hafnium nachgewiesen werden. 1923 wurde es in Kopenhagen von Dirk Koster und George D. Hevesi durch Röntgenspektroskopie in norwegischem Zircon entdeckt. Weitere Untersuchungen anderer Mineralien zeigten, dass Hafnium immer in Zirconium-haltigen Mineralien enthalten ist. Die Trennung vom Zirconium gelang Janssen und Hevesi durch wiederholte Kristallisation der Diamonium und die Kaliumfluoride der beiden Elemente. Elementares Hafnium konnte danach durch Reduktion mit Natrium gewonnen werden. Vorkommen Hafnium ist mit einem Gehalt von 4,9 ppm an der kontinentalen Erdkruste ein auf der Erde nicht sehr häufiges Element. In der Häufigkeit ist es damit vergleichbar mit den Elementen Brom und Cesium und häufiger als die schon lange bekannten Gold und Quecksilber. Hafnium kommt nicht gediegen vor und bisher ist nur ein Mineral mit dem Hauptbestandteil Hafnium bekannt. Das 1974 entdeckt und nach diesem als Hafnon benannt wurde. In Zirconium Mineralien wie unter anderem Zircon und Allendeit ist jedoch oft Hafnium als Fremdbeimengung enthalten, wobei die Menge an Hafnium meist 2% des Zirconium-Gehaltes beträgt. Eines der wenigen Minerale die mehr Hafnium als Zirconium enthalten ist die Zircon-Varietät Iwit-CO4. Analog zu Zirconium sind die wichtigsten Lagerstätten an Hafnium die Zircon-Lagerstätten in Australien und Südafrika. Die Reserven werden auf 1,1 Millionen Tonnen geschätzt. Gewinnung und Darstellung Um Hafnium zu gewinnen muss dieses von Zirconium abgetrennt werden. Dieses ist nicht während des Herstellungsprozesses möglich, sondern erfolgt in einem getrennten Verfahren. Für die Trennung werden Extraktionsverfahren angewendet. Dabei wird die unterschiedliche Löslichkeit bestimmter Zirconium- und Hafnium-Salze in speziellen Lösungsmitteln ausgenutzt. Beispiele hierfür sind die verschiedenen Löslichkeiten der Nitrate in Tri-N-Buthylphosphat und die der Thiocyanate im Methylisobuthylketon. Andere mögliche Trennungsmöglichkeiten sind Ionen-Austauscher und die fraktionierte Destillation von geeigneten Verbindungen. Das abgetrennte Hafnium kann anschließend nach dem Krollprozess zunächst in Hafniumchlorid überführt werden und anschließend mit Natrium oder Magnesium zu elementarem Hafnium reduziert werden. Wird noch reineres Hafnium benötigt kann das von Arkel-Deboer-Verfahren angewendet werden. Dabei reagiert während des Erhitzens unter Vakuum zunächst das Hafnium mit Iodet zu Hafnium-Iodet. Dieses wird an einem heißen Draht wieder zu Hafnium und Iodet zersetzt. Hafnium wird nur in geringen Mengen im Maßstab von 100 Tonnen produziert. Es wird nicht eigens hergestellt, sondern fällt als Nebenprodukt bei der Gewinnung von Hafnium-Freim-Zirconium für die Höhlen der Brennstäbe an. Der USGS gibt als US-Importpreise für Hafnium 453 US-Dollar je KG im Jahre 2010 und 578 US-Dollar je KG für 2013 an. Eigenschaften Physikalische Eigenschaften Hafnium ist ein silbrig-glänzendes Schwermetall von hoher Dichte. Es kristallisiert temperaturabhängig in zwei verschiedenen Modifikationen. Bei Normalbedingungen kristallisiert es in einer hexagonal dichtesten Kugelpackung und ist damit Isotyp zu Alpha ZR. Oberhalb von 1775 Grad Celsius geht es in eine kubisch raumzentrierte Struktur über. Legt Hafnium in einer hohen Reinheit vor, ist es relativ weich und biegsam. Es ist leicht durch Walzen, Schmieden und Hämmern zu bearbeiten. Sind dagegen Spuren von Sauerstoff, Stickstoff oder Kohlenstoff im Material vorhanden, wird es spröde und schwer zu verarbeiten. Der Schmelz und der Siedepunkt des Hafniums sind mit 2227 Grad Celsius bzw. 4450 Grad Celsius die höchsten in der Gruppe. In fast allen weiteren Eigenschaften ähnelt das Metall seinem leichteren homologen Zirkunium. Dies wird durch die Lentanoidenkontraktion verursacht, die ähnliche Atom- und Ionenradien bedingt. Eine Ausnahme ist die Dichte, bei der Zirkunium mit einem deutlich kleineren Wert besitzt. Ein technisch wichtiger Unterschied besteht darin, dass Hafnium 600 mal besser Neutronen absorbieren kann. Dies ist der Grund dafür, dass für den Einsatz von Zirkunium in Kernkraftwerken das Hafnium abgetrennt werden muss. Hafnium ist unterhalb der Sprungtemperatur von 0,08 K supra leitend. Hafnium ist ein unedles Metall, das beim Erhitzen mit Sauerstoff zu Hafniumdioxid reagiert. Auch andere Nichtmetalle wie Stickstoff, Kohlenstoff, Bohr und Silizium bilden unter diesen Bedingungen Verbindungen. Bei Raumtemperatur bildet sich schnell eine dichte Oxidschicht, die das Metall passiviert und so vor weiterer Oxidation schützt. In den meisten Säuren ist Hafnium wegen der Passivierung unter Normalbedingungen beständig. In Flusssäure korrodiert es schnell, in heißer konzentrierter Schwefel und Phosphorsäure tritt merkliche Korrosion ein. Salzsäure-Salpetersäure gemischen, hierzu zählt auch Königswasser, sollte Hafnium auch bei Raumtemperatur nur kurzfristig ausgesetzt werden. Bei 35 Grad Celsius muss mit Abtragsraten von mehr als gerechnet werden. In wässrigen Basen ist es bis zu einer Temperatur von ca. 100 Grad Celsius beständig. Der Materialabtrag beträgt in der Regel weniger als Isotope. Von Hafnium sind insgesamt 35 Isotope und 18 Kernisomere von 153 HF bis 188 HF bekannt. Natürliches Hafnium ist ein Mischelement, das aus insgesamt sechs verschiedenen Isotopen besteht. Das häufigste Isotop ist mit einer Häufigkeit von 35,08% 180 HF. Es folgen 178 HF mit 27,28%, 177 HF mit 18,61%, 179 HF mit 13,62%, 176 HF mit 5,27% und 174 HF mit 0,16%. 174 HF ist schwach radioaktiv ein Alpha-Strahler mit einer Halbwertszeit von 2,015 Jahren. Der Beta-Strahler 182 HF bildete während der Planetenentstehung mit einer Halbwertszeit von 9 Millionen Jahren das stabile Wolfram-Isotop 182 W. Was ausgenutzt wurde, um die Bildung des Mondes und des Erdkerns auf einen Zeitraum innerhalb der ersten 50 Millionen Jahre einzuschränken. Die Isotope 177 HF und 179 HF können mithilfe der NMR-Spektroskopie nachgewiesen werden. Das Kernisomer 178 Quadratmeter HF ist mit einer Halbwertszeit von 31 Jahren langlebig und sendet zugleich beim Zerfall eine starke Gamma-Strahlung von 2,45 mEV aus. Dies ist die höchste Energie, die ein über längere Zeit stabiles Isotop aussendet. Eine mögliche Anwendung besteht darin, dieses Kernisomer als Quelle in starken Lasern zu verwenden. 1999 entdeckte Karl Cullens, dass das Isomer bei Bestrahlung mit Röntgenstrahlung seine Energie auf einen Schlag abgeben kann. Allerdings sind mögliche Anwendungen etwa als Sprengstoff unwahrscheinlich. Verwendung Aufgrund seiner schwierigen Gewinnung wird Hafnium nur in geringen Mengen verwendet. Das Haupteinsatzgebiet ist die Kerntechnik, in der Hafnium als Steuerstab zur Regulierung der Kettenreaktion in Kernreaktoren eingesetzt wird. Die Verwendung von Hafnium hat gegenüber anderen möglichen neutronenabsorbierenden Substanzen einige Vorteile. So ist das Element sehr korrosionsbeständig und bei der Kernreaktion mit den Neutronen entstehen Hafniumisotope, die ebenfalls hohe Absorptionsquerschnitte besitzen. Aufgrund des hohen Preises kommt es häufig nur für militärische Anwendungen in Frage, beispielsweise für Reaktoren in Atom-U-Booten. Es existieren noch einige weitere Verwendungsmöglichkeiten. So reagiert Hafnium schnell mit geringen Mengen Sauerstoff und Stickstoff und kann darum als Gettersubstanz eingesetzt werden, um kleinste Mengen dieser Stoffe aus ultrahoch Vakuum-Anlagen zu entfernen. Beim Verbrennen sendet das Metall ein sehr helles Licht aus. Deshalb ist es möglich, Hafnium in Blitzlichtlampen mit einer besonders hohen Lichtausbeute einzusetzen. Mehrere sehr stabile und hochschmelzende Verbindungen, insbesondere Hafniumnitrit und Hafniumcarbid, können aus den Elementen hergestellt werden. In Legierungen mit Metallen wie Niob, Tantal, Molybden und Wolfram wirkt ein Zusatz von 2% Hafniumfestigkeit steigernd. Es entstehen besonders stabile, hochschmelzende und hitzebeständige Werkstoffe. Sicherheitshinweise Wie viele andere Metalle ist Hafnium in fein verteiltem Zustand leicht entzündlich und pyrophor. In kompaktem Zustand ist es dagegen nicht brennbar. Das Metall ist nicht toxisch. Aus diesen Gründen sind für den Umgang mit Hafnium keine besonderen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Verbindungen Hafnium bildet eine Reihe von Verbindungen. Diese sind meist Salze oder Mischkristalle und besitzen häufig hohe Schmelzpunkte. Die wichtigste Oxidationsstufe des Hafnium ist Plus I. Es sind aber auch Verbindungen in geringeren Oxidationsstufen von 0 bis Plus I. In komplexen auch negative Oxidationsstufen bekannt. Hafnium Oxyd Hafnium Oxyd ist ein sehr stabiler und hochschmelzender Feststoff. Es besitzt eine hohe relative Permittivität von 25. Darum ist ein Einsatz als High-KD-Elektrikum als Isolation des Steueranschlusses für Mikroprozessoren möglich. Durch weitere Verkleinerung der Strukturbreiten werden die Leckströme zu einem immer größeren Problem. Denn die Miniaturisierung der CMOS-Strukturen erfordert auch dünnere Gate-Isolationen. Unter 2 Nanometer Dicke steigt der unerwünschte Leckstrom durch den Tunneleffekt stark an. Durch den Einsatz eines High-KD-Elektrikums kann zur Leckstromverringerung die Dicke des Dielektrikums wieder vergrößert werden ohne dass es zu Leistungseinbußen des Transistors kommt. Dickere Dielektrika ermöglichen also eine weitere Miniaturisierung. Hafnium Carbid zählt zu den Substanzen mit den höchsten Schmelzpunkten überhaupt. Zusammen mit Hafnium Nitrit und Hafnium Borid gehört es zu den Hartstoffen. Es sind einige Halogen-Verbindungen des Hafniums bekannt. In der Oxidationsstufe plus IV existieren sowohl das Fluorid als auch Chlorid Bromid und Iodid. Hafnium Chlorid und Hafnium Iodid spielen bei der Gewinnung des Hafniums eine Rolle. In den niederen Oxidationsstufen sind nur Chlor- und Brom-Verbindungen sowie Hafnium Iodid bekannt. Das Caium-Hexafluoridohafnard K2-HFF6 wie auch das Ammonium-Hexafluoridohafnard 2-HFF6 können zur Abtrennung des Hafniums von Zirkonium eingesetzt werden, da beide Salze leichter löslicher sind als die entsprechenden Zirkonium-Komplexe. Abtrennung Frank Victor